So, wir haben jetzt hier für mich eines der Highlights, welches kurz in Mailand beim aktuellen Huawei Watch Event gezeigt wurde, das Huawei Mate X S2. Es ist vor allem designtechnisch der Nachfolger vom Mate X S, welches wir schon ausführlich getestet haben, wo ich auch einen Langzeittest gemacht habe. Auch einen Vergleich zum Mate X 2 gab es, dass sich designtechnisch eben eine andere Linie verfolgt, in dem das Display nicht außenliegend ist, sondern wir ein innenliegendes Display und ein einzelnes separates Außendisplay haben. Hier gehen wir zurück zu der alten Form und haben wieder ein Display, was nach außen aufgeklappt werden kann. Dafür haben wir hier wieder den Mechanismus, den wir bedienen und dann das Gerät entsprechend aufklappen. Sorry, hier ist es sehr warm, sehr hell. Ich hoffe, man kann wenigstens ein bisschen was erkennen, aber es geht ja hier auch nicht um die Bildqualität, sondern vor allem um das Gerät an und für sich. Es sieht dem Mate X S sehr ähnlich. Das heißt, das Design ist nahezu komplett übernommen. Man hat natürlich entsprechende Upgrades übernommen. Das erste ist schon mal hier vom Style her diese Kunstlederrücken, der wirklich das Gerät ziemlich edel wirken lässt und auch verdammt gut aussieht. Etwas, was es bei den Modellen in China, ich denke da an das Mate 30, häufiger gab, aber nie den Weg nach Europa gefunden hat. Das wird hier jetzt hoffentlich anders. Beim Kamera Setup natürlich jeweils die aktuellste Technik, aber das eigentliche Highlight ist dieses neue Scharnier. Bei dem alten war es schon so, dass hier die in der Mitte entstehende Falz relativ gering war, aber deutlich spürbar war. Das Display machte einen durchaus soliden Eindruck, aber auch keinen perfekten. Hier hat man deutlich nachgebessert. Man merkt direkt, wenn man das Gerät jetzt aufklappt oder einfach auch so klappt, dass das Ganze noch mal wesentlich robuster und stabiler wirkt. Und für mich das echte Highlight, man fühlt diese Falz auch kaum noch. Man kann sie natürlich sehen, wenn man es bewusst machen will. Das klappt vor allem bei ausgeschaltetem Display am besten. Ist das Display aktiviert, dann sieht man sie auch kaum, wie es schon beim Vorgänger war. Aber hier wirklich, dieser Falz ist wesentlich weniger spürbar. Also ein absolutes technisches Update, was man hier mit dem Gerät erreicht hat. Das Schöne ist, es wird zu uns kommen im Juni und wir erwarten, dass wir dann im Juni auch ein Testgerät bekommen, wo wir euch auch das Mate XS II dann ausführlich vorstellen können. Für die Geeks, die es kaum noch erwarten können und mit dem Gedanken spielen, sich ein neues Foldable zuzulegen. Der Preis sinkt gegenüber dem Vorgänger leicht, ist aber mit 1998 Euro immer noch nichts, was man so einfach aus der Portokasse zahlt. Wenn ihr Fragen habt, dann her damit und ansonsten in rund 4 bis 6 Wochen sollten wir euch mehr zu dem Mate XS verraten können. Bis dann, ciao aus Mailand, euer Marco für euer WhiteBlog.